Ich habe Britney Spears kennengelernt. Und der Rappold hat mir geraten, nicht mit Martin anzufangen. Deine Katzenleben sind auch gebraucht. Jede Nacht um 4.15 Uhr war ich auf. Sie fragt, ist das das Einzige, was du so zu erzählen hast? 4.15 Uhr war ich tot von 4.15 bis 4 Uhr. Das ist meine Geschichte. Hast du so eine Geschichte? Das ist gutes Zeug. Das ist meine Geschichte. Das ist meine Geschichte. Das ist meine Geschichte. Das ist meine Geschichte.